Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Sabrina und wir sind hier gerade bei Frau Holzwurf und sie sagt uns, dass wir ihr dabei helfen sollen, ein paar Würstchen zu machen und dass ihre Weihnachtswürstchen halt sehr beliebt sind. Und deswegen helfen wir ihr dabei, benutzen die Maschine dann, die hier vorne steht und wir sollen insgesamt 24 Stück herstellen und das ist halt sehr lustig, wenn ihr mal drauf achtet hier. Geh mal zurück, Ghostie, wir drehen, ach komm, geh mal nochmal zurück, halt, dann fliegen die Würstchen hier so raus. Also, das ist schon auch ein bisschen merkwürdig. Und das Ganze machen wir jetzt halt 24 Mal. Und, ja, wie habt ihr denn jetzt so das Wochenende verbracht? Hm, wart ihr auch ein bisschen unterwegs mit eurem Pferd? So, mehr brauchen wir nicht. Danke, Sorina, das hat mir sehr viel Zeit erspart. Vielleicht brauche ich die Tage nochmal Hilfe vor Weihnachten. So, wir haben ihr geholfen. Das war mal wieder so eine kleine Nebenaufgabe, so wie halt mit den Kerzen ziehen oder den Reimen und dieses Mal waren es halt die Würstchen. Wir sehen uns dann wieder. Falls ihr auch auf der Pferd- und Jagd in Hannover jetzt am Wochenende gewesen seid, lasst doch mal einen Kommentar unten da. Und bis zum nächsten Video. Tschüüüü.